Heute Abend, 18 Uhr, Livestream! Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute der schönste Mensch, der Welt, und zwar ich. Das hab ich schon nicht gehört. Du wachst auch mit dabei, Leute. Hinter der Kamera sitzt der arme Thomas, der uns... Du redest noch nie? Gut. Leute, wir haben auch ein Video über Max geredet. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Schaut es euch jedenfalls mal an. Wir haben nämlich Buchstaben gelutscht und uns gegenseitig dabei geile Sachen ins Ohr geflößt. Also es war extrem romantisch und ich hab's genossen, Max. So viel kann ich sagen. Wir haben quasi unseren Alltag gefilmt. Nur halt auf geil. Auf geil. Auf Steroide. Thomas sitzt hinter der Kamera, Leute, da wo er hingehört. Und ich würde sagen... Und ich würde sagen, Leute, wir spielen heute wieder ein altbewährtes Spiel. Und zwar möchten wir YouTuber anhand ihrer Kommentare identifizieren. Max und ich natürlich zwei YouTube-Dauer-Watcher. Binge-Watcher heißer jetzt. Ohne Spaß, ich gucke richtig viel YouTube. Ich auch, Alter. Ich gucke immer Tallys Tortenwelt und Dildo-Test-Reviews. Ich gucke immer Minecraft-Tester. Minecraft-Tester. Was machen die? Die testen Fortnite. Spitze. Leute! Im ersten Kommentar ist es relativ simpel. Wer zuerst von uns beiden erredet, wer dich ist, kriegt einen Punkt. Der andere muss als Strafe, jetzt kommt's nämlich, muss als Strafe dreimal in seinen Asch debben. Nein! Doch! Julian Brown schreibt, wieso hast du laut 2,3 Millionen Abonnenten? Revenzeit. Falsch. Boah, wer hat 2,3 Millionen? Und Luca? Ne. Ne. Der hat 3 schon, ne? Luca hat 900 Millionen, ich weiß nicht. Hey, aber ich hab genau 2,3 Millionen. Und ich bin Lauch. Ja, aber das ist die Bankfrage, ne? Marcel Scorpin hat nicht so viel. Nee, Marcel Scorpin hat das auch gar nicht verdient, oder? Doch. Ähm. Hä? Wobei jeder Zuschauer wird Lauch genannt. Ne, jeder Zuschauer. Jeder Zuschauer wird Lauch genannt von einem YouTuber. Von mir. Ist denn Lauch? Ne, aber jeder YouTuber wird Lauch genannt, das ist das Problem. Al Blali. Ne. Hat der 2,3? Hat der 2,8, glaube ich. Ich bin gar nicht so gut in Subcounts, aber den hat auch viel mehr, ne? Paluten hat nicht so viel. Kenne ich die Person? Ich weiß nicht, ob persönlich, aber ja. Ist auch ein Typ. Ist ein Typ. Palla hat doch auch mehr, oder? Palla hat mehr. ApoRed. Ja. Oh nein. ApoRed ist halt so ein Anti-Lauch. Der ist schon stabil. ApoRed ist richtig stabil. Er ist ein bisschen chubby, aber auch Maske. Chubby Bunny halt. Der hat Chubby Bunny Challenge gemacht. Und Maske wird das runtergestockt. Aber mit Protein, weißt? Super. Eins nur noch für mich. Das Illicom schreibt. Nächstes Mal wird Riemi gedüsst. Rezo. Ne. Marcel Scorpion. Ne. Reportagen. Habe ich auch drei daran gedacht. Marcel Scorpion. Habe ich schon gesagt. Glaub ich Autismus oder so. Ja. Kelly. Damn. Sturmwaffe. Ne. Wie nach der denn geht Diss? Es geht schon um Diss-Tracks, ne? Ja. Julian Bam. Ja. Oh nein. Aber das ist halt so Rätselraten. Das ist jetzt nichts Charakteristisches für die Community. Bei Katja zum Beispiel so, ich will dich f***en. Jeder wüsste es Katja. Das ist bei mir. Achso. Ich will dich f***en. Und dann so Gewaltsmileys. Wo die mich hauen wollen. Weil die stehen auch immer vor Ufo mit Fackeln und so. Krank Ruse, ich hör bitte auf damit. Wenn du wieder Edgar getötet hast. Wenn ich wieder Edgar getötet habe, dass es vorbei hat. 20.000 Dislarks auf meinen Nacken. Okay, bisher steht es 2 zu 0. Ja. Also du musst schon dreimal in dein Ass sterben. Was? Okay, ja. Okay. Weiter geht's. CidoTV schreibt. Denkt der auch, der wäre Rapper? Äh, Redi. Ne. Marcel Scorpion. Nein. Du, ich muss. Du hast aber immer die gleichen Namen. Äh, äh, Rezo. Lil Lano. Ne. Julian Bam. Ne. Apparat. Ne. Denkt der auch, er ist Rapper Kelly. Achso, ist Kelly kein Typ? Kelly Family? Ne. Ist es locker von, äh, 300 Wörter in 1 Minute Challenge, oder? Ja. Du hast gerade auch gerade eine Schlager-Folge gehabt. Ich dachte halt, Vibe, weil er hat das ja so ohne Beat und so gemacht. Ich dachte auch, ja, ja. Das können wir ein bisschen gucken. Simon Will. Ne. Das war auch gut. Alter, wir haben gleich ganz YouTube Deutschland durch. Noch nicht. Ich hab noch nicht mit eingestellt. Das hat aber schon von Na. Ja? Aber wie Na ist denn mal? Danergy. Ja. Oh nein! Aber der ist halt echt gut. Der hat so einen Kommentar auch nicht verdient. Na, er ist halt ziemlich übergewichtig. Achso, okay. Das weißt du einfach auch. Hast du ihm schon gesagt? Ja, ja. Okay. Hoffentlich krieg ich jetzt auch noch einen Distract wegen Klicks. Kann ich drauf reagieren. Muss ich einfach nicht antworten. Ich bin auch noch für die 300 Rap Challenge Wörter nominiert. Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ich's nicht machen soll. Äh, wenn ich's machen soll. Lasst einfach einen Daumen nach oben. Weiter! Alfred Jaramatschki schreibt. Katja! Ja. Ich verschneller. Damn! Warst du Alfred? Du bist Alfred, oder? Ich bin aber 19. Äh, ich bin 20. Äh, äh. Kurz Alter vergessen. Bist du echt erst 16? Ja. Hast du schon Charme, Arif? Nee, komm, nicht gucken. Genau. Mach weiter! Ach ja. Der Lauch schreibt. Heftig. Feuer. Emoji. Alter. Leilano. Nein. Wo schreiben Leute so mit Emojis? Evive. Nee. Emojis ist immer so ein bisschen dumm. Meine Community, Revi. Nee. Heftig. Das ist locker auch wieder bei Musik oder so. Ja, ja. Oder ein cooles Video. Props oder so. Ja, da sind wir beide schon mal raus. Ja, stimmt. Luca? Ah, nee, coole Videos. Pfff. Baila Machia schreibt kein heftig. Rezo, Evive, Danergy. Julien Ben. Wichtig ist auch, wer das schreibt. Wie heißt der? Der Lauch. Unsympathisch. Nee. Julienko. Nö. Was? Der Lauch. Ähm. Bei Doug. Nein. Bei Inscope. Nein. Boah, wir hauen einfach nur die Narben so raus, ne? Ja, der Lauch. Sascha hat dieses Lauch-Ding am Laufen. Ich hab das so am Laufen. Am Laufen. Am Laufen. Am Laufen hab ich dich. Ich bin ein... Phil Laude. Ja. Ich bin ein Lauch. Und ich esse gern Strauch. Ich kenn das gar nicht. Mein Penis, der ist steif. Stand the time is nice. Das ist der Song. Kennst du nicht von ihm? Ich hab nach diesem Bims-Movement Konsequenzerkanal ausgeblendet. Ja? Weil mir das ein bisschen auf die Nerven ging. Er ist doch voll cool, die Bims und Phong. Ist das noch lustig? Hahaha. Phong, Alter. Er hat Phong gesagt. Nein. Konzertstagen schreibst. Du bist schwanger. Das sieht man. Bibi. Ja. Was? Das ist die neueste News, Alter. Mein Video hast du dazu auch gesehen, oder? Ja, stimmt. Im Geheimen Code. Sie ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger. Sie will Deutschland retten, Digga. Hier ist der Link dazu. Sie will Deutschland retten. Mehr nicht. Okay. Aber der Kommentarschreiber hat halt deinen Video noch nicht gesehen. Ich hab mich in seine Lage reinversetzt. So ein Dummkopf. Sie hat dann schon einen fetten Bauch, ne? Hat sie echt? Meint ihr wirklich, ist die Schwanger? Das wäre krank. Das wäre krank, Alter. Aber ich meine, wo ist der Zusammenhang? Die Spekulation zwölf, zwölfte Woche? In welchem Leben? Zwölf mal neues Bilou mit Babygeruch. Aber das wäre halt der Boss-Move überhaupt. Weil die Kardashians werden auch gerade alle schwanger. Ich muss auch schwanger werden. Kannst du mich schwanger machen? Wahrscheinlich. Ja, super. Dementsprechend wäre nur konsequent auch schwanger zu werden. Ganz klar. Ganz klar. Gronkh ist auch, glaub ich, schwanger grad. Ähm, okay. Gut. Revinzeit schreibt. Ich bin dumm. Vor einer Sekunde. Revinzeit. Ist ein Fake-Account. Hast du das irgendwo geschrieben? Nein. Wo hast du das hingeschrieben? Du blöder Bastard. Bei Tommerys Video. Wo hast du das hingeschrieben? Ja, das ist erst deine Aufgabe. Ist das mein Kommentar von mir? Ja, klar. Ist das mit Verifizierungshaken? Hier steht's ja. Nein. Wie soll man da drauf kommen? Jodie Kalussi. Nee. Kelly. Nee. Sturmwaffels. Es ist offensichtlich Unge. Was? Warum? Weiß nicht. Hä? Ja, ich hab unser Unge in den Kommentar gesucht. Hab nichts gefunden. War lustig, oder? Was? Na, Maul. Okay, der Punkt geht. Der Punkt geht aber nicht weiter. Fong, Alter. Fong und Bim. Fong E-Bims, Fong Nice. Warum geht der Punkt? Na, weil du so oft geraten hast und falsch. Ich hab mich zurückgehalten. Das letzte Junge. Eins, Maul! Nächstes! 2 zu 2. Paul Linker schreibt. Grüße gehen raus an Autotune. Revinzeit. Kelly. Nein. Was ist jetzt? Wir sagen, wenn wir die erste Seite gehen. Riesauf. Ja. Klar. Was für ein Clan, Digga. Ich hab einfach... Du hast die Namen gesagt, die du immer sagst. Ich hab die Namen gesagt, die ich immer sag. Okay. Wie viel steht es eigentlich gerade? 3-3. Na, es steht 4-3, du F***er. Stimmt das? Du musst in deinen Asch sterben. Ich glaube sogar 5-3 oder so. 5-3, ja. Du musst in deinen Asch sterben. Ahaha. Panika schreibt. Cringe. Revinzeit. Ne. Krankrafter. Ja. Was jetzt? Echt? Fortnite-Tänze? Ja. Das haben viele Cringe gefunden. Das war aber wirklich unangenehm. Aberkliks, oder? Aberkliks. 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 Okay. Sollen wir so einen Track machen, der heißt Aberkliks. Das ist dann so... So weiter... Meine Freundin mag mich nicht. Aberkliks. Aberkliks. So, weißt du? Meine Eltern schlagen mich. Aberkliks. Aber du musst so trappen, weißt du? Dann wäre ein Traffier, wäre ja nicht weiter. Dann wäre... Safe Call. Misses... Was... Also ich dachte, ihr werdet fertig war, ist aber davon unlustig. Okay. Misses Wasow fragt. Bitte mal wieder ein Video mit Bibi. Dagi B. Ja. Was? Ja. Digga, was? Digga, was? Digga, was? Was ist das denn? Ja, weil die immer wieder zusammen wollen. Wie das... Ich dachte, ich hätte an Ray Fox gedacht. Wer ist Ray Fox? Das ist dieser Cousin von... Oh, dieser Gestörte, ne? Der ist so richtig verrückt im Kopf, Alter. Der ist richtig verrückt. Ich dachte echt, das wäre der. Ja, 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 ja. Weil Julienko macht ja immer mit Bibi. Nicht immer. Julienko macht ja manchmal mit Ray... William Fox. Ray William Fox. Ray William Fox. Ich glaube, ich habe gerade alles vertauscht. Ray William Johnson und Ray Fox. Äh... John Cena. John Sabine. John Sabine. Der Michael fragt... Oh, er sagt. Halt... Moment, was jetzt? Fragt er oder sagt er? Das ist wichtig. Er sagt. Er schreibt sogar. Okay, er schreibt. Halt's Maul. Dena ist mein Lieblings-Youtuber. Müsste eigentlich bei mir stehen, das würde voll passen. Aber... Grevins halt. Nein. Danny. Äh... Was war das gerade? Sturmi, Palle, Izzi. Ne. Unge. Nö. Luka. Aber dieses Pizza-Video oder wie? Ja. Okay. Oh, okay, okay, okay. Markus Friebi, Friebi schreibt. Dann kauf dir doch eine andere Kamera. Aber nee, du gibst dir alles für Fressen aus. Dena. Tamsabot. Ja. Ich weiß schnelles. Gumm, gumm. Dafür geht die Ansage an dich raus für mich. Warum? Weil ich ihn erinnert habe im Video? Weil du schneller warst. Okay, verdammt. Ich habe nicht an ihn gedacht. Sebastian Schöne schreibt. Clickbait. Kelly. Ja. Revi? Ich dachte, Kelly ging... Wann war das? Vor zwei Tagen. Unter welchem Video? Das mit den 20.000 Metern. Das sind 220... Leute, das war's von diesem Video. Ich habe gewonnen, Max. Ja. Du bist jetzt 20 Mal in deinen Aschdebben. Eins, zwei, drei. Drei Mal haben wir ausgemacht. Okay, gut. Leute, schaut euch mal mit Max vorbei. Ihr werdet sehen, ob wir mit Buchstaben lutschen und das Resetippe anspucken. Extrem geile Erfahrung gewesen. Lasst ihn da mal oben da, wenn ihr unseren Rap-Track hören wollt. Aber Klicks. Und wenn wir zusammen bei Unge ins Dreaminghaus ziehen sollen. Aber Klee? Aber Klicks. Leute, das ist jetzt mein neuer Merch. Lasst... Tschüss.